Wegen heute. Ähm, es war ein seltener Anblick zu sehen, dass du schreist und brötst. Ja, nun... Ich meinte es ernst damit, dass ich diese Welt retten will. Und ich möchte wirklich Lady Closh... Ich möchte wirklich, dass Lady Closh von all den Menschen das am besten versteht. Aha. Und... Es ist peinlich, das zuzugeben, dass ich das Bild meiner Tochter auf Lady Closh projiziert habe. Oh, Dotties kleines Mädchen-Persönlichkeit hat erneut gewonnen. Sei ruhig. Nun... Du sagtest ja, dass Alisha ebenfalls ein kleiner Rebell war. Ähm, war sie nicht vier Jahre jünger als ich? Eher, wenn sie noch am Leben wäre. Tut mir leid. Meine Familie war Opfer eines unkontrollierten IPDs. Was? Aber du sagtest letztes Mal, dass sie verschwunden sei. Richtig. Ähm... Als ich sie fand, rannte sie direkt in einen IPD und wurde getötet. Zusammen mit meiner Frau. Wow. Ich hatte nicht den Mut, ähm... Den letzten Teil... Letztes Mal den letzten Teil zu erzählen. Ist es nicht albern? Zu, ähm... Zu der Zeit wusste ich nicht, dass die Grand Bell absichtlich die IPDs erhöht. Es ist, als hätte ich meine eigene Familie getötet. Der Grund, warum ich danach geblieben war, war, weil ich das nicht zugeben wollte. Ich bin einfach nur schwach. Ich hab versucht, äh, wegzusehen, ähm... Ich hab einfach versucht, die Realität der vergangenen Tragödie nicht zu sehen. Weißt du? Du solltest dich nicht schuldig deswegen fühlen. Ja, ich weiß. Aber tief in meinem Herzen... Ähm... Will ein Teil von mir mir selbst die Schuld geben. Weißt du? Du bist so lustig. Was? Je mehr ich mit dir rede, desto mehr denke ich, du bist nur ein Mensch. Natürlich. Wenn ich nicht menschlich wäre, was wäre ich dann? Eine Tötungsmaschine? Sei nicht so dumm. Aber dann, als ich dich das erste Mal traf... Ähm... So erschienst du mir. Ich dachte, du hättest keine Emotionen. Wie zu der Zeit, als Corona-Symptome im Iron Plate Desert hatte und du mit Krog gekämpft hast. Ja. Ich dachte, dass der Missionen-Loyal zu bleiben ein Muss ist. Aber nachdem ich so herumgereist bin und Krog traf, Raisha, dich... Ich denke, ich fange langsam an zu verstehen, was wahre Stärke wirklich ist. Guten Morgen. Guten Morgen, Ma'am. Habt ihr gut geschlafen? Ja, sehr gut. Hä? Wo ist Chakri? Oh ja, wo ist sie hin? Ähm... Habt ihr ein Mädchen so groß gesehen, mit schwarzen Haaren? Oh ja, sie ist heute früh gegangen und ist noch nicht wieder zurückgekommen. Sie ging? Warum? Sagte sie etwas, ähm... Wohin sie geht? Ähm... Sie ist einfach nur ruhig rausgegangen und sah ziemlich... Äh... Ziemlich nervös aus. Das ist Chakri-Saat. Ich hoffe, sie hat nichts vor. Ähm... Finden wir ein paar Hinweise, wohin sie gegangen ist. Oh nein. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Aber wir müssen nochmal hier rein. Hier gab's ja auch noch ein Zimmer. Am Ende wage ich mich jetzt zu weit vor. Das ist Chakri-Saat. Und das war's für mich. Ja, das war's für mich. Und das war's für mich. Und da war's für dich. Ich habe mich zerstört. Und aus dem Säpen... Samurai-Stock Oh, Geld Ah, ich hab schon wieder nicht hier reingemacht Oh, das ist jetzt nicht alles, was es ist, ich hab jetzt noch etwas gehofft Ich bin von Takin und ich bin aber wohl einig, aber nicht graues Das war's für heute. Und jetzt alles Eis drauf, feste. Was ist das? Ich hoffe, ich kann Jacqueline bis zum Schluss dann benutzen, weil sie als Revitail ist echt das A-Game. Daran merkt man, dass sie so auf Götterlevel von den anderen Revitails auf einer Stufe ist. Aber das haben wir ja schon in Teil 1 gelernt, dass Jacqueline halt eher so der göttlichere Revitail ist. Wie geht es? Ja, aber ich habe ja schon in Teil 1. Das ist das Kacke, ich habe ja schon in Teil 1. Das ist das Kacke. Ich habe halt jetzt die erste Kacke auf den Kacke. Ich habe ja schon in Teil 1. Das ist der Kacke. Miley-Girl braucht man dann doch nicht. So, hier oben müsste dann ein IPD-Jodd-Brack sein. Mal gespannt, welches Level. So, hier oben kannst du ja auch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Ja. Dann haben wir auch wieder den weg. Wir können demnächst mal zwei neue Racky-Tail teilen. Zumindest müssen wir da mal gucken, ob wir das können. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Okay, dann haben wir auf alle Fälle keinen Pira-Fiori hier gefunden, das ist sehr schön. Irgendwann ist dem Mädchen mir was zu sagen, aber wir sollten trotzdem davor nochmal resten. Aber wir gehen mal zur Speaker, die wird ja ja mit uns werden, die Gute. Oh, willkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, sie wird wieder zurückkommen. Wird sie? Sie macht das immer. Nun, manchmal kommt sie für eine Weile nicht zurück, aber... Aha. Du machst dir Sorgen, ha? Wenn das so ist, versuch mal, all die Orte zu besuchen, an die sie gegangen sein könnte. Places, also Orte, an die Chakri gehen kann? Cat-Menschen. Die Stadt ist ein Chaos. Naja, doch ein bisschen sieht man, dass hier was gefallen ist. Also die Stadt sieht jetzt doch ein bisschen anders aus. Beide resten, dann copyf Naja. ationss Vielen Dank.